Herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben und in dieser Folge wollen wir uns dem Rhesusfaktor negativen Blut widmen und was es mit diesen Reptiloiden auf sich hat in Bezug auf dieses Blut, das erfahrt ihr in dieser Folge und los geht's wie immer nach dem Intro. Um die außergewöhnliche Natur dieser Geschichte zu verstehen, die die Grenzen des vermeintlich Normalen sprengen, müssen wir zunächst betrachten, wie radikal sich Menschen mit RH-Negativen Blut von der restlichen Bevölkerung unterscheiden. Anschließend werden wir uns der wichtigen Frage widmen, warum es überhaupt RH-Negative gibt. In der menschlichen Spezies gibt es vier Hauptblutgruppen A, B, AB und 0. Diese Unterscheidung basiert auf den Antigenen der Blutzellen eines Menschen. Antigene sind Proteine, die sich auf der Oberfläche von Zellen befinden und dazu dienen, Bakterien und Viren zu bekämpfen. Die meisten Menschen haben diese Proteine auf ihren Zellen. Das ist der RH-positive Anteil der Weltbevölkerung. Schätzungen zufolge sind gegenwärtig in den Vereinigten Staaten 85% der weißen Europäer, 90% der Afroamerikaner und 98% der Asiaten RH-positiv. Der kleine Prozentsatz der US-Bevölkerung und auch der gesamten Menschheit, bei dem diese relevanten Proteine nicht vorhanden sind, fällt in eine ganz andere Kategorie. Sie gehören zu den RH-Negativen. Während der Anteil der RH-Negativen an der Gesamtbevölkerung der weißen Europäer und Nordamerikaner nur etwa 15% beträgt, gibt es eine Bevölkerungsgruppe, bei der dieser Anteil unglaublich hoch ist. Die Basken in Zentralspanien und dem Westen Frankreichs. Erstaunlicherweise sind 40% der Basken RH-negativ. Andererseits kommen bei den Basken die Blutgruppen A und B praktisch überhaupt nicht vor. Karl Landsteiner erbrachte mit seiner bahnbrechenden Forschungsarbeit einen erstaunlichen Beweis. Das Blutserum, der flüssige Bestandteil des Bluts, der die Blutzellen umgibt, ist nicht bei allen Menschen gleich. Landsteiners Forschungen enthüllten, dass es mehr als eine Blutgruppe gibt. Vier Jahrzehnte später stießen Landsteiner und sein Kollege, der New Yorker Arzt Alexander Solomon Wiesner, auf etwas ebenso bemerkenswertes wie Landsteiners erste Entdeckung. Neben ihren wegweisenden Untersuchungen zu den Blutgruppen des Menschen, experimentierten sie auch mit Rhesusaffen, auch bekannt als Altweltaffen. Diese Affenart ist in weiten Teilen Süd- und Mittelasiens verbreitet, von Afghanistan bis China. Vor etwa 25 Millionen Jahren hatten Menschen und Rhesusaffen einen gemeinsamen Vorfahren. Und ihre DNA-Sequenz stimmt zu 93% mit der des Menschen überein. Aufgrund dieser engen Verwandtschaft werden an Rhesusaffen viele Studien zu menschlichen Krankheiten durchgeführt. In ihrem Essay schreiben Moray B. und Gardner und Paul A. Lucif Die Vielfalt der menschlichen Infektionskrankheiten, die an ihnen untersucht werden können, umfasst Kinderkrankheiten, Tropenkrankheiten sowie neue sexuelle übertragbare Infektionen, Degenerative neurologische Erkrankungen und auch durch biologische Kampfstoffe verbreitete Krankheiten. Im Verlauf ihrer Forschungen injizierten Landsteiner und Wiener das Blut von Rhesusaffen in andere Tiere, darunter Meerschweinchen und Kaninchen. Dies führte bei den Tieren zu einer Verklumpung des Blutes. Zu seiner Überraschung entdeckte Landsteiner im Jahr 1940, dass diese Blutverklumpungen durch ein bisher unbekanntes Antigen verursacht wurden. Und es stellte sich heraus, dass dieses Antigen auch beim Menschen nachgewiesen werden konnte. Landsteiner nannte es den RH-Faktor, wobei RH natürlich für Rhesus steht. Die Wissenschaftler macht noch eine weitere Entdeckung, die uns direkt zum Thema dieses Videos führt. Einigen Menschen fehlt der Rhesus-Faktor vollständig. Diese Menschen werden dementsprechend als RH-negativ bezeichnet. Sie bilden zwar eine Minderheit, aber eine beachtliche Anzahl. Und bei dieser Minderheit gibt es zahlreiche weitere Anomalien, durch die sie sich erheblich von der übrigen Menschheit unterscheiden. Es gibt eine problematische Nebenwirkung, die bei Menschen mit RH-negativen Blut auftreten kann. Diese Nebenwirkung betrifft Schwangerschaften und ist die einzige negative Auswirkung von RH-Negativität auf die Gesundheit. In allen anderen Aspekten hat RH-Negativität keine schädlichen Effekte. Tatsächlich bringt es einige bemerkenswerte gesundheitliche Vorteile mit sich, wie wir später sehen werden. Für eine Frau mit RH-negativen Blut bedeutet eine Schwangerschaft jedoch ein erhebliches Risiko. Wenn sie von einem Mann schwanger wird, der ebenfalls RH-negativ ist, gibt es keine Probleme. Die beiden sind perfekt miteinander kompatibel und der Fötus wird sich normal entwickeln und ebenfalls als RH-negativ geboren werden. Wenn jedoch der Vater RH-positiv ist und die Mutter RH-negativ, können tragische Probleme auftreten. Der sich entwickelnde Fötus wird dann RH-positiv sein. Es mag unglaublich klingen, aber das Blut einer RH-negativen Schwangeren kann vollständig inkompatibel mit dem Blut des RH-positiven Kindes sein, das sie austrägt. In solchen Fällen produziert das Blut der Mutter potenziell tödliche Antikörper, die das Blut des Kindes angreifen. Das Immunsystem der Mutter stuft das RH-positive Baby als feindlich ein. Das ungeborene Kind wird als etwas Fremdes betrachtet, das so früh wie möglich beseitigt werden muss. Dieser Prozess wird Allergisierung genannt. Das Blut der Mutter gelangt über die Plazenta in den Blutkreislauf des Fötus und führt dort einen tödlichen Krieg gegen dessen Blutzellen. Die Antikörper der Mutter greifen die roten Blutkörperchen des Fötus an und verursachen eine hämolytische Anämie, die bis zum Tod des Kindes führen kann. Eine Anämie wirkt sich bei einem ungeborenen Kind noch fataler aus als bei einem Erwachsenen. Innere Organe, insbesondere das Herz, können irreparabel beschädigt werden. Der Sauerstoffmangel kann die Entwicklung und Funktion des Gehirns massiv beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall stirbt der Fötus. Noch beunruhigender ist, dass diese Antikörper mit jeder neuen Schwangerschaft stärker und tödlicher werden. Es scheint, als ob es in unserer DNA etwas Uraltes und Fremdes gibt, das Rh-Positive und Rh-Negative als deutlich unterschiedlich einstuft und nicht für eine gemeinsame Fortpflanzung vorgesehen hat. Heutzutage gibt es jedoch Möglichkeiten für schwangere Rh-Negative Frauen, das Risiko für das ungeborene Kind zu verringern oder sogar zu eliminieren. Der Mutter wird ein Blutprodukt namens Rh-Immunoglobin injiziert, das die Entwicklung gefährlicher Antikörper verhindert. Allerdings nur, wenn die Mutter noch nicht allergisch auf den Rh-Faktor reagiert hat. Wenn dies der Fall ist, stehen die Chancen gut, dass sich der Fötus zu einem normalen und gesunden Baby entwickelt. Rh-Negatives Blut weist eine weitere positive Anomalie auf. Wie erwähnt, gibt es vier Hauptblutgruppen A, B, A, B und Null. Sowohl Rh-Negative als auch Rh-Positive Menschen gehören zu einer dieser vier Blutgruppen. Die Null-Negativgruppe hat jedoch eine einzigartige Eigenschaft. Eine Transfusion des Blutes wird von praktisch allen Menschen vertragen, ohne dass es zu fatalen oder nachteiligen Reaktionen kommt. Allerdings nur, wenn das Blut nicht gentechnisch verändert oder manipuliert wurde. Aus diesem Grund verwenden Notfallteams häufig Blut der Null-Negativen Gruppe für lebensbedrohliche Situationen, da es von fast jedem Menschen vertragen wird, der eine Bluttransfusion benötigt. Auf der anderen Seite vertragen Menschen mit der Null-Negativen Blutgruppe ausschließlich Blut derselben Blutgruppe. Unter den Rh-Negativen scheint die Null-Gruppe also besonders außergewöhnlich zu sein. Es gibt viele Hinweise darauf, dass hier möglicherweise versucht wurde, das Blut und die Abstammungslinie genetisch reinzuhalten. Bevor wir uns jedoch dem kontroversen Thema einer gezielten Manipulation des menschlichen Erbguts durch Reptiloide zuwenden, ist es wichtig, zunächst konventionelle Erklärungen für die Existenz der Rh-Negativen auszuschließen. Die Behauptung, dass einige von uns das Ergebnis Reptiloider Gentechnik sind, sollte nicht leichtfertig verbreitet werden. Könnte es nicht auch eine ganz natürliche Selektion oder Mutation sein? Auf den ersten Blick erscheint dies natürlich plausibel, da es auch Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, Haarfarbe und Augenfarbe gibt. Die Variationen bei Haut, Haaren und Augen werden hauptsächlich durch das Pigment Melanin verursacht. Es ist also möglich, dass der Rh-Negativen Faktor auf natürliche Weise entstanden ist und nicht das Ergebnis einer fantastischen Reptiloidentechnologie. Es gibt jedoch Aspekte, die darauf hinweisen, dass Mutter Natur nicht für die Entwicklung des Rh-Negativen Faktors verantwortlich war. Die Zugehörigkeit zur Rh-Negativen Blutgruppe kann einen bemerkenswerten Einfluss auf die physischen Charakteristika haben. Menschen mit Rh-Negativen Blut zeigen oft ähnliche psychische Merkmale, die von großem Interesse an Wissenschaft und unerklärlichen Phänomenen geprägt sind. Sie besitzen überdurchschnittliche mediale und paranormale Fähigkeiten wie Präkognition und außersinnliche Wahrnehmung. Ihr IQ ist ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Auch körperlich gibt es erkennbare Unterschiede. Rh-Negative haben oft eine niedrige Körpertemperatur, einen langsameren Puls, zusätzliche Wirbelknochen und niedrigen Blutdruck. Sie sind auch widerstandsfähiger gegen Infektionen und Krankheiten im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Geheime Gruppen in der US-Regierung und dem Militär haben den Aufstieg der Rh-Negativen genau beobachtet und Zusammenhänge mit anderen paranormalen Fähigkeiten und Phänomenen untersucht. All diese Faktoren deuten auf eine kontrollierte Manipulation sowohl physischer als auch geistiger Natur hin. Obwohl niemand beweisen kann, dass die Entwicklung der Rh-Negativen kein natürlicher Prozess war, gibt es einige Indizien dafür, dass eine reptiloide Macht für die Erschaffung einer einzigartigen und verbesserten Form des Menschen verantwortlich sein könnte. Doch wer sind eigentlich diese Reptiloiden? Die Reptiloiden sind eine faszinierende Spekulation über andersartige Wesen, die angeblich seit langer Zeit unter uns leben. Es wird behauptet, dass sie Shapeshifter sind, in der Lage, sich in menschlicher Gestalt zu zeigen und so unsere Gesellschaft zu infiltrieren. Einige alternative Forscher gehen sogar so weit zu behaupten, dass prominente Persönlichkeiten aus dem britischen Königshaus Hollywood und der Musikindustrie in Wirklichkeit Reptilien sind, die ihre wahre Natur verbergen. Diese Theorien besagen, dass die Reptiloiden die wahren Herrscher unserer Welt sind und uns manipulieren, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es ist wichtig anzumerken, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz von Reptiloiden gibt und diese Theorien stark umstritten sind. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Daten und Augenzeugenberichten, die behaupten, dass die Reptiloiden mit dem Phänomen merkwürdiger Entführungen aus der Vergangenheit in Verbindung stehen könnten. Die genaue Wahrheit über Reptiloiden bleibt unklar und es ist schwierig festzustellen, wo Fakten enden und wilde Spekulationen beginnen. Trotzdem ist es interessant, sich näher mit diesen Theorien auseinanderzusetzen und zu untersuchen, welche Beweise dafür oder dagegen sprechen. Obwohl viele Menschen skeptisch sind, gibt es eine große Anzahl von Menschen, die an die Existenz der Reptiloiden glauben und ihre Theorien weiter erforschen. Ich finde es wichtig, offen zu bleiben und verschiedene Perspektiven zu betrachten, um ein umfassenderes Verständnis der Welt um uns herum zu erlangen. Nach den Berichten von Pamela Stonebrook sind Reptiloide äußerst gute Liebhaber. Die bekannte Jazzmusikerin bestätigte in mehreren Interviews, äußerst guten Sex mit Reptiloiden gehabt zu haben. Zudem berichtete sie, dass Reptiloiden keine politisch korrekte Spezies sei. Auch im Zusammenhang mit den kontrovers diskutierten militärischen Entführungen spielt das Phänomen der Reptiloiden scheinbar eine Rolle. Dr. Helmut Leimer und seine Frau Marion, Experten für diese Art von Entführungen, haben hunderte von Fällen dokumentiert. Einer dieser Fälle betrifft eine Frau namens Michelle, die von Personen in Militäruniform entführt wurde. In einem abgedunkelten Raum, der an ein Büro erinnerte, hatte sie eine traumatische Begegnung mit etwas Erschreckendem. Einem Reptiloiden. Dr. Kugel, ein Hypnose-Therapeut, interviewte Michelle und konnte unter Hypnose sensationelle Informationen aus ihrem Unbewusstsein extrahieren. Sie beschrieb die Kreatur als 1,80 m bis 2,10 m groß, mit langen spitzen Ohren und goldgelben Augen, die zu leuchten schienen. Sie hatte spitze Zähne, eine große Hautfalte auf der Stirn und einen Schwanz. Solche Randfälle tragen zur Verwirrung bei und heizen die Diskussion über militärische Entführungen weiter an. Wie wir bereits gehört haben, gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen den Reptiloiden und Wesen mit Schwänzen und den RH-Negativen. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Informationen auf Einzelfällen beruhen und nicht allgemein akzeptiert sind. Die Existenz von Reptiloiden und ihre Verbindung zu den RH-Negativen bleiben stark umstritten. Es ist entscheidend, verschiedene Perspektiven zu betrachten und kritisch zu hinterfragen, um ein umfassenderes Verständnis der Realität zu erlangen. RH-Negative sind schon äußerst speziell. Sie sollen starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen oft nicht gut vertragen können. Sie leiden häufig unter einer sogenannten Photosensibilität, bei der ihr Immunsystem durch intensives Sonnenlicht beeinträchtigt wird. Die Symptome können mild sein, aber auch alarmierend. Übelkeit, Schwindel, Benommenheit und ein erhöhter Puls sind typische Reaktionen. Darüber hinaus können Menschen mit Photosensibilität Hautausschläge, Nesselfieber und Entzündungen entwickeln. Es scheint, als wäre das Immunsystem der RH-Negativen nicht darauf ausgelegt, der Kraft und Hitze unserer Sonne ausgesetzt zu werden. Dies wirft eine faszinierende Frage auf. Auf welche Art der Umwelt wurde es dann geschaffen? Gibt es eine andere Lichtquelle oder Umgebung, in der sich RH-Negative besser entwickeln und gedeihen können? Diese Fragen werfen weitere Spekulationen über die Herkunft und Evolution der RH-Negativen auf. Einige alternative Forscher gehen davon aus, dass die Reptiloiden ursprünglich im Erdinneren lebten, aber genaueres weiß man nicht. Was auch noch interessant ist anzumerken, dass der Blutdruck bei Menschen mit RH-Negativen Blut typischerweise etwas unter dem Normalwert von 20 zu 80 liegt. Ein niedriger Blutdruck kann unangenehme Symptome wie Benommenheit und Ohnmacht verursachen. Wenn der Wert jedoch nur geringfügig unter dem Normalwert liegt, ist das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte deutlich reduziert. Die meisten RH-Negativen haben einen Blutdruck, der sich in einem sicheren Bereich befindet. Auch eine niedrige Körpertemperatur und Pulsfrequenz, ähnlich wie bei Reptilien, sind typisch für RH-Negative, ohne dass dies für sie negative Auswirkungen hat. Ein Puls von weniger als 60 Schlägen pro Minute, auch bekannt als Bradycardie oder Langsamherzigkeit, kann ein Anzeichen für eine Erkrankung sein. Auf der anderen Seite haben viele Hochleistungssportler einen niedrigen Puls aufgrund ihrer extremen Fitness. Zum Beispiel hatte die Tennis-Legende Björn Borg während seiner Karriere in den 1970er Jahren einen Ruhepuls von 35 Schlägen pro Minute. Ähnliche Werte finden wir auch bei vielen RH-Negativen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich bestimmte körperliche Merkmale bei Menschen mit RH-Negativen Blut unterscheiden können. Diese Unterschiede werfen weitere Fragen auf und lassen Raum für Spekulation über die möglichen Ursprünge von evolutionären Entwicklungen der RH-Negativen. Es bleibt spannend, diese Themen weiter zu erforschen und mehr darüber zu erfahren, was uns diese einzigartige Blutgruppe über unsere eigene Natur und Geschichte verraten kann. Was auch immer letztendlich hinter den kontroversen Berichten über Entführungen durch das Militär oder andere Wesenheiten stecken mag, bleibt die Tatsache bestehen, dass viele Entführte während ihrer Erfahrungen bedrückende Zukunftsvisionen der Erde gezeigt bekommen haben. Viele RH-Negative, die zu diesem Thema befragt wurden, berichten von prophetischen Träumen. Andere mögen zwar keine Entführungserlebnisse haben, aber sie berichten von turbulenten Tiefschlafvisionen, in denen genau die Szenarien auftreten, wie sie von den Opfern der Entführungen beschrieben werden. Es ist interessant zu bemerken, dass RH-Negative auch regelmäßig über andere mediale Phänomene berichten, einschließlich Erfahrungen mit sogenannter Synchronicität. Einfach ausgedrückt könnte man Synchronicität als sinnvolle Zufälle beschreiben. Zum Beispiel denkst du an einen Freund, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast und plötzlich ruft dieser Freund ein paar Stunden später an. Das ist Synchronicität. Oder du suchst verzweifelt nach einem seltenen Buch und findest es dann unerwartet in dem Bus, mit dem du täglich zur Arbeit fährst. Jemand hat es einfach auf dem Sitz neben dir liegen lassen. Auch das ist eine Synchronicität. Dieses Phänomen legt nahe, dass unser Bewusstsein offenbar die Realität um uns herum beeinflusst oder sogar erschafft. Im Leben von RH-Negativen treten Synchronicitäten sehr häufig auf. Außersinnliche Wahrnehmung, ASW, ist eine weitere erstaunliche Fähigkeit der RH-Negativen. Gedankenlesen, telepathische Kommunikation und mediale Verbindungen mit Tieren stehen ganz oben auf der Liste. Vielleicht am bemerkenswertesten ist jedoch, dass viele RH-Negative das Gefühl haben, sie seien gewissermaßen dazu bestimmt, eine bestimmte Aufgabe auf der Erde zu erfüllen. Allerdings fällt es ihnen schwer, diese Aufgabe klar zu erkennen und zu definieren. Es scheint fast so, als würden sie darauf warten, aktiviert zu werden, in der Hoffnung, dass dann alles kristallklar vor ihnen liegt. Ob es Zufall ist oder nicht, es fällt auf, dass es unter den Berühmten und Berüchtigten auffallend viele Menschen mit RH-Negativen Blut gibt. Ein Beispiel dafür ist der angebliche Mörder von John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, der ebenso RH-Negativ war wie seine russische Frau Marina. In den Untersuchungen der sogenannten Warren-Kommission zur Ermordung Kennedys wird Marina wie folgt zitiert. Die Ärzte sagten mir, ich könnte das Kind möglicherweise verlieren, weil ich die Blutgruppe RH-Negativ habe. Lee war darüber sehr besorgt. Er ließ sein Blut untersuchen und stellte fest, dass auch er RH-Negativ war. Nur wenige Prozent der Bevölkerung haben RH-Negatives Blut. Und dieser ungewöhnliche Zufall, dass Mann und Frau RH-Negativ sind, hat uns beide sehr gefreut. Erstaunlicherweise war auch JFK selbst RH-Negativ. Genauer gesagt AB-Negativ. Und Kennedy war bei weitem nicht der einzige RH-Negative im Weißen Haus. Dwight D. Eisenhower und Richard Nixon hatten beide die Blutgruppe 0-Negativ. Bill Clinton hat AB-Negativ und George Bush Senior A-Negativ. Auch das britische Königshaus hat bemerkenswerte Verbindungen zur Geschichte des Weißen Hauses in Washington. Und was die königliche Abstammung betrifft, Elisabeth II., Prince Charles und sogar William und Kate sind alle RH-Negativ. Es scheint also, dass die meisten mächtigen, einflussreichen und berühmten Persönlichkeiten der jüngeren Geschichte einer reptilienhaften Abstammungslinie angehören. Dies wirft wieder einmal sehr viele Fragen auf, ob die Reptiloiden, auch wenn sie nicht mehr so in großer Anzahl auf der Erde präsent sind, wie vor einigen Jahrtausenden vielleicht, immer noch die Erde beherrschen. Jedoch durch scheinbar unabhängig agierende Stellvertreter. Es könnte durchaus sein, dass dies der Fall ist. Es bleibt spannend zu erforschen, welche Verbindungen und Einflüsse es zwischen den RH-Negativen und den mächtigen Persönlichkeiten unserer Welt gibt. Unsere Vorfahren, unabhängig von ihrer kulturellen Zugehörigkeit, waren sich alle bewusst, dass es eine direkte Verbindung zwischen ihrem Blut und den Göttern gab. Wie die Menschen in der fernen Vergangenheit von dieser untrennbaren Verbindung zwischen ihrem Blut und den Göttern wussten, bleibt bis heute ein Rätsel. Es steht jedoch zweifelsfrei fest, dass in den antiken Kulturen das Blut verehrt wurde und mit Göttern, der Anderswelt und dem Okkulten in Verbindung gebracht wurde. Ein interessantes Beispiel für die Abstammung eines Stammes von den Göttern sind die Kasaren. Sie glaubten fest daran, dass sie von der Göttin Echidna und dem Gott Typhon abstammten. Echidna wird in der griechischen Mythologie als Mutter zahlreicher Monster beschrieben. Ihr Oberkörper war der eines schönen Mädchens und ihr Unterkörper war der einer Schlange. Typhon war ebenfalls ein Drachenschlangenartiges Wesen, das später mit Seed und dem Teufel synkretisiert wurde. Es ist interessant zu erwähnen, dass viele Menschen mit einer Abstammungslinie von den Kasaren die Blutgruppe B negativ haben. Nach all dem können wir weiter spekulieren, dass RH-negative Menschen möglicherweise von Reptiloiden abstammen oder Kinder von Drachen sind. Aber letztendlich wissen wir es nicht genau. Eine interessante Geschichte bleibt es aber allemal. Ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht. Lass doch einen Daumen nach oben da. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn. Ich wünsche dir einen wundervollen Reptiloiden Tag und bis bald.